guck mal das hier meine arbeit digga aus los weiter geht's so jungen sind wir hier endlich ja vorhin noch im blutschest über welcher und nicht gesehen auch gut ist da und wir spielen ein bisschen gegenwies wieder ein neues show vor euch jeden sondern ein neues show doch ganz am anfang oder gab es echt nur updates und jetzt ist es der firma das das war es auch vorher schon aber jetzt kann ich bin spieler zwei ich bin gar nicht mehr da ich bin eins ich bin nur drei ich bin zwei ich bin zwei ich bin hier der mit dem herz also die kamen ja ist dunkelblau und jude ist türkis ich bin echt türkis in türkis so was war was ein neues games spannend das geht noch nicht weil er muss ja wir spielen auch im team da schreibt man nicht aber er weiß in vier fünf jahren kurz spiel der schick uns zusammen ja der ist da und der ist dann kannst du doch mal gucken wir sind schon wieder guck mal ich habe auch das mal immer schön Breakdance, Breakdance! Ah, ah, Hilfe! Oh, es sind vier jetzt, ja. Das ist ein Maul, ey. Ich leg's deine Zweien aus, so krass bin ich drauf. Einen hab ich, yeah! Die nehm ich auch alle. Ich nehm beide. Nein, ich bin weg! Ich bin nur untergefallen. Ja, ich nehm beide, so krass wie ich bin. Ah! So, hör mal, hab einen zu. Oh! Hallo, Entschuldigung, Mann! Scheiße! Und dafür fällt Carmen Winder. Jetzt, jetzt, gehst du eh kaputt. Schatten! Oh! Backflip! Backflip! Fuck, ey! Der war nicht schlecht. Wieso, springen die anderen nicht auch noch alle mehr? Scheiße! Das war übrigens ein Auerbach. Müsste ich mal kurz sagen, okay? Mit Schwierigkeiten. Aber es, es gibt ja auch noch, ich mach erstmal die Rooftop. Es gibt auch kein anderes Level, bei dem jetzt, wo einfach Wellen kommen. Aber es gibt voll viele neue Karten. Dann kloppen wir uns gleich gegenseitig kaputt. Ich nehm wieder mein Herzrest noch. Ich nehm wieder die Wunderschöne. Ich hab jetzt den Totenkopf, Ressler. Gibt's eigentlich nur Herz- und Protokoll? Ne, es gibt noch was. Ohne Umhang gibt's noch. Da, warte. Sternen, ohne Umhang. Oh, du brauchst eine Nummer. Ja, jetzt war's doch gut. Okay. Wie soll ich ablachen, ey? Ey, ey, ey. Was schlägt schon wieder? Schön. Ach, komm den rein, nimmst du den. Ich geh jetzt so lange schlafen, okay? Dann gehst du weg dann noch. Ey, wie machst du das für dich? Du bist umhervoll gechillt hin, oder? Ja, nein, weil ich an dir dran lehne. Wenn du jetzt weggehst, warte, ich geh weg, oder? Lebe ich auch. Ey, ey, verfolge mich nicht. Ja, sorry, guck mal. Ja. Mit Impos. Du sollst dich mal einforsten, ne? Ja, so. Ach, komm! Steh gestanden. Und schlafen. Und will aufstehen. Ich bin ein bisschen schwach auf den beiden. Guck mal, mein Umhang hält nicht. Kann das sein, dass er da an der Wand hängt und die Rave jetzt nicht kommt? Ich springe da nicht runter. Es kommt nämlich keine neue Rave bei. Der hängt da bestimmt noch irgendwo. Soll ich mal gucken gehen? Warte? Also ich hab ihn mitgenommen bestimmt. Du wirst jetzt stehen, Rave 2. Gut, alles klar. Dann einfach nur. Dann kommt noch runter. Zack, 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 zack. Komm jetzt her. Da steh ich nicht hin. So. Nein. Komm jetzt mit. Hallo. Geht da runter. Lass los. Lass los. Nein. Jetzt kommt meine 2. Entschuldigung. Ach man. Das war unfair. Du wolltest mich drücken. Das ist nicht unfair. Wer lieb ich dich mit? Ich wollte dich nur... Sack drunterschubsen. Nein. Ich wollte dir nur zeigen wie es aussieht nach unten. Ja. Der ist mich schon festgehalten wieder hochgezogen. Ja, natürlich. Ich glaubst du mir nicht. Ja. 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 So. Jetzt bin ich nämlich Fuchs. Bauerbeider. 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 Nein. Nein. Lass mich gehen. Nein. Komm jetzt. Ich hab mich an der Tür. Nein. Ey. 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 Ich hab euch beid. Nein. 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 Lass mich gehen. Lass mich gehen. Ich verscheide. Nein. Nein. Oh, wie ging der jetzt die Kack Rave nicht los? Komisch. Naja, ist das halt noch. Ist das noch Early Access? Ich glaube. Weiß ich gar nicht. Wir machen alles mal ganz kurz. Howards kann es eigentlich ausmachen. Wie viel? Ich hab dich auch nie tot gewesen. Das findest lustig, ja? Hatte ja schon. Die Angels im Renten. Nee. Wir in the running eigentlich. Das sind nur die Level dann, oder? Trucks auch. Wir fangen mal an. Wir hatten einige abgeschoben gehabt. Fans. Die Ventilatoren sind. Achso. Ja. Das kann ich noch nicht. Boi. 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 Ich bin ein Bär. Ich bin ein Bär. Den wollte ich gerade nehmen. Seid für den Chicken. Wir lachen noch mal ganz komisch. Boi. Gut. Ein kleiner Schläft. Auch das war das. Wie bin ich denn? Das ist ja unfair. Das wird mich gar nicht sehen. Das bin denn ich eigentlich. Ich glaube. Pfff. Du hast gewollt. Ich wollte ein Schöpfer. Wie ging's nicht? Bei mir auch nicht. Juhu. Fall mal ins Wasser drin. Verliest auch noch ein Leben. Jetzt kann ich blitzen. Ja, ey. Das ging eben nicht. Nein. Hä? Ja, ja. Du willst mich doch mal an. Lass dir immer so unsere Köpfe drüber. Feige Huhn. Ja, ey. Ja, ey. Nur sie gehen alle auf Karm. Ich bin schon da. Juhu. Ach so. Na, Karm ist weg ich auch. Ach man, ne. Das ist doch doof. Ach, wie sind sie doof für das Spielen. Du fährst du wohlst doch zu mir. Ja, ne, aber... Ich mach am besten so in Worte. Ja, ne, ne, ne. Ich mach jetzt... Ich mach jetzt... Das war jetzt ein Jump'n' Run draus. Oh, 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 oh. Sie schmitten hier so weggestürzt. Siegararme, die gehen nie wieder runter. Uhuuuh. Ja, Mensch. Ich geh bitte. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Das gibt's sollen. So die drüber geht das Springen nicht. Ja, weil das Eis ist es klapp. Kann man doch nicht mehr auf springen. Du fällst so mit dir an. Ja, was ist es? Ja, das ist es. Du fällst du mit dir? ich habe mich nicht bewegen hallo nein nein ich habe einen BEER auf einem einsamen estrelle neinτεin nein 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 wie hast du schwer lass doch nur los nein Dich blöder Hut blödes Hut Einig, die haben's wollt bei uns mal jetzt wir haben's wollt ist auch voll da haben wir eine Waffe genau mein spiel nicht abgehen uns schön anstrengend okay ich bin ein fuchs das ist ein wrestler sie genau so sieht ein bisschen aus wie der andere täger ja komm mal kaputt und jetzt weg mit dem jetzt auch mal bitte den müll wir gucken jetzt okay kicken einfach wechselt hätte sich irgendwo fest jetzt da hast du den ins gesicht gefordert kommen schnell wir müssen drei wochen kurs wird raus so ich habe es noch wissen ja jetzt wo bist du jetzt hin es sollte man richtig seriös mal sprung sollte richtig seriös spielen richtig richtig eine ausgelusten so entsorgen ich habe ich schon alles weiß ich ja auch drei lagen jemals das gilt schon gesagt haben würde die linke sei es oder steht zu streiten oder ich weiß jetzt weg so komplett hallo jürgermehrer er war zu schwer ich habe ich jetzt kommt ich bin so blöd gewesen es muss rausschneiden jetzt ist aber ich habe es ja ich habe jetzt einfach so ich habe mich gut gewährt jetzt bin ich mal seriös ich habe keine hosen und ich habe das chef der vorarbeiter was hast du genommen Die Bauarmeine drauf. Ich hab die Rest noch gemacht. Ich hätte die Bauarmeine nehmen, jetzt renne ich sie. Ach so, Achtung. Geh mal ein bisschen rum, das sieht aus, ob das aufgeht. Ach du Scheiße! Ja, das kann aufgehen. Da! Ich hab mich nicht ernst. Was sind denn das für Dinge, die noch einfach rüberkommen? Die hab ich einfach gekötet. Nee, das... Geh doch mal weg. Oh Gott. Das sind Würmer. Ich stand da draußen und wolle mit dem Baum einfach rüber. Okay, so geht das alles. Das sind aber irgendwie ekel. Geh weg. Jetzt... Hab dich doch nicht so, Junge. Komm jetzt her. Lass die Fresse ein. Oh, ich hab... Nein! Lass los! Lass bitte los! Ah! Du kannst drüber rünschen hier. Guck mal, die wacke wird nicht los. Oh! Oh! Jetzt ist das da oben! Die Wurst! Die rollt sich! Jetzt lass doch mal los! Junge! Komm mit! Ich will das für die Wurst! Komm doch mal mit! Ich hab mich jetzt an dir fest! Es ging einfach so besser mit dir, wie du da hochkommst! Jetzt mach dich doch mal runter! Schau dir in den Po! Schau dir in den Po! Schau dir in den Po! Schau dir jetzt da rein! Oh! Der ist schon weg! Komm! Komm! Komm mal her! Komm! Ich bin frei! Sie müssen arbeiten! Kommst du bitte mit dir arbeiten! Geh arbeiten! Das war wirklich eine drauf! Wie hat der rumzerrt? Die beiden Beine! Jetzt komm mit! Oh! Oh! Bitte, bitte! Verdammt! Komm jetzt! Komm jetzt! Ja! Versuch doch mal so eine Wurst! Ich hab da drauf zu lehren! Du sollst arbeiten! Oh! Nein! Nein! Doch! Jetzt! 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 Lass doch mal los! Lass! Nein! Dann lass dich mal los! Oh! Oh! Ich seh das immer! Ah! Das gibt's doch nicht! Weil die sind immer fest, ey! Schenk! 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 Ich möchte den eigentlich zu gerne mal hoch! Nein! Ich bin schon gleich wieder weg! Das ist doch unfair! Ja! Und Felix! Du sollst doch nur einmal arbeiten! Ja! Ich bin Chef einfach K.O. Guck! Bist du's ehrlich? Der Chef! Weil ich eine Krawatte habe! Ein bisschen Brille! Und ich hab keine Hosen! Du kriegst das richtig ein? Oh! Lass doch! Lass doch einfach nur mal los! Wurde, dass es die Brille drauf bleibt! Jetzt hat es ja jetzt! Ja! Toll! Toll! Wurde! Kam auf einmal aus dem Nichts! Was ist das bloß bei der Wurm? Oder was unter das ist? Dann kommen wir uns einfach kaputt! Hau dich! Und wo laufen wir hin? Oh nein! Lass dich! Lass dich! Ich? Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Wir sind weg! Ich habe noch mal ein paar Wurzeln! Dann habe ich eine Frage! Halt! Hey, was machen Sie hier? Ich hab noch einen Anzug! Was machen Sie hier? Soll haben Sie hier? Sie soll arbeiten gehen! Jetzt mach dich ja alles! Was machen Sie hier? doch die frage ist kommt jetzt was oder nicht machen wir machen wir ich habe gedrückt aber er hat sich gemacht so chef kommen sie ja 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 genau wo bin ich wo bin ich auch mal das nervt ja jetzt sie nicht mehr ich bin noch Pass auf, ich bin noch da. Guck, ich hänge da noch. Da! Nein, Sieger! Tschüss, tschüss, tschüss. Ich denke, ich glaube, das ist ja jetzt aber jetzt. Aber da oben! Ich glaube, das ist ja. Kommen Sie her! Guck mal, Sie da! Siegen! Ich würde mal hüpfen, und der hüpft ja nicht. Mir geht die Ahnung. Ich bin jetzt die ganze Zeit so. Wenn Sie da gar nicht schon fusten, kommt doch nicht. Ist Ihr auch einfach schnell fliegt? Oder ich selber einfach immer fusten? Jetzt kommt doch mal her! Ey, das ist doch... Geh weg! Lass los! Nein! Nein, ich will nicht mehr sterben! Lass du los! Lass doch einfach! Los! Sehr gut. Mann! Mann, 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 Mann! So, ey, gut, jetzt bin ich alleine. Bekriegt euch! Du musst mich vor Augen! Nein! Nein! Bist du wirklich? Oh, da hinten sind sie! Okay, kriegst du doch noch kalt? Nee, dass du bei Schuh fließt. Ja, ich bin grad ziemlich gut am Weg. Jetzt! Komm her! Das ist schein aufs Maul! Das ist mein Pusten! Nein! 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 Wo ist es? Scheiße! Das ist doch... So, gewollt! Schlaflegen! Äh, Towers müssen wir nehmen! Das kann ich auch noch nicht! Towers sagt sie mir nix! Ist das nicht das wohl überhaupt den ganzen Containern in der Höhe? Könnte das das sein? Nee, nee, das ist der Container! Ziegearme! Die gehen nicht mehr runter! Wie lacht denn der? Ich weiß nicht, der Mann sollte man alleine machen! Er soll lachen! Überflüssig ist das Spiel mit unserem Mikrofon verbunden! Ja, ist klar! Wenn wir lachen, lachen, lachen! Ah! Ja! Ja, das sieht doch cool aus! Oh, das sieht doch cool aus! Oh, das sieht doch cool aus! Er sieht aus wie wenn ich schon als Smacking Deadpool kämpfe! Ich gehe alle runter! Wir kämpfen! Wir kämpfen! Ich kann nicht rüber! Oder ich nehme die abkürzung! Du stirbst! Ich nehme die abkürzung! Ich komme gleich da drüben! Was machst du denn so kaum? Oh, weiter runter geht sie nicht! So, jetzt reicht's! Was machst du da? Ich glaub, die machen schönes Ding mit dabei! Ey, hör bitte auf damit! Soll ich auch gerne drachen zu machen! Ich hab' dich ja nur so ein Chank hier aufhören! Oh, das ist ja auch so ein bisschen nachvollziehen! es ist ja immer ich auch traurig jedoch ist schriftlich ist du hallo kannst du wieder wach sein ich muss jetzt kommen wir gehen wir runter gucken zu wundig nicht ich muss jetzt das kommt jetzt her was hast du ich hab es weggeglitscht ich hab es weggeglitscht nein, guck mal ob da alles noch anderes du bist einfach weggeglitscht du bist einfach weggeglitscht ich floppe na, weil du immer so geht das nicht mal noch? geht doch mal bitte weg ich bin nur daran, weil ihr umgeblieben seid was macht ihr zwei denn da eigentlich? wettretten oh, ich bin mir gefallen ob ich jetzt schnell die andere Richtung den meinst du nicht? da gehst du wegzulaufen was macht ihr denn da unten? ich weiß es nicht oh, ich hab viel selber unten ok, ich geh mal los und versuche das es geht hier nicht weiter runter ne schön, dass du so mann, 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 mann ich bin zu weit gesprungen irgendwann kommt zu mir ey lauf zur anderen Richtung dann haben wir sie ja, wer hat das ja, wer wird jetzt im Meer verschwinden weggeglitschen du bist doch weggeglitscht du bist doch weggeglitscht du bist doch runtergefallen ich dachte, was ist jetzt los hier das hätte ich jetzt voll geil gefunden wenn man das oben an der Zeit nicht sehen würde oh Die sind ein bisschen sehr gedichtlich irgendwie. Nee! Nein! Nein! Felix! Wir sterben! Nein! Das hängt fest! Ich will! Das hängt fest! Guck mal! Der hängt fest! Nein! Nein! Das ist so nicht was! Wir hängen fest! Wir hängen fest! Nein! Warte, ich helfe dir! Na klar! Geh auf! Den Kopf nicht! Geh nur weiter rein! Wieso fühlst du dich immer weg? Oh! 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 Was hast du gemacht? Da bin ich hinter deinem Tochter! Ein Wuchs! Wie ein Bär! Nein! 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 Okay, gut! Ich bin weg! Weg vom Fenster! Du bist traurig, ja! Mit deinem kleinen Klubbeschwänzchen in deinem Gehirn! Komm mal her! Und mal so die Treppe ohne mich! Du bist ja gerade! Aber wenn ich's noch einfach raus! Und weg! Hau weiter rein! Lass los! Hält dich ab nach der Nasenpresse! Lass los! Lass los! Ich hab dich einfach mit drauf gehauen! Und... Zigerfuchs! Und schlau! Hey, wenn ich mich zweimal weggeglitsch wäre, hätt ich auch noch zwei liegen! Das stimmt, aber du bist zweimal weggeglitscht! Das ist aber echt fies! Komm, wir machen nochmal ne Wave! Jo, genau! Gibt's leider keine anderes Läden? Nee! Kommt vielleicht noch! Aber ich find's schade, dass die da wirklich ein paar Leute einfach rausnehmen! Das scheint mir eigentlich ganz cool! Die gerade mit den großen Koffeln sind zwar geil, weil sie dann halt an dem ein Ding festliegen oder so! Läffe sind natürlich vermehrt worden! Charakterlich glaube ich... Ich glaub ich hab jetzt... Sieh so einfach viel besser aus! Ein... Ich mach Evil Chicken! Die Evil Chicken? Hmhm! Der ist sagt, du kennst das noch! Der ist doch kein Satikum, daraufhin zu schreiben! Schon mal... So, Wave! Nummer eins! Los geht's! Ich geh schon mal! Ich versteck mich hier hinunterstieg! Nee, du kommst ja nicht los! Guck mal wie hier das Chicken abgeht! Guck mal wie das Chicken abgeht! Guck mal, ich hab mich selbst hinten am Schlappittchen! Das ist mir auch schon! Ist mir da, ich will mich hier oben auf dem Krimzügel machen! Ja, aber ich habe schon gerade... Nein! Ich schwingte mir... Du kannst nichts vor uns gucken... Warum? Jetzt, Limpzüge und 1... 2... Ist auch schön, der eine mal Klippzüge und der andere Kepferenten. Hey, guck mal! Ich kann das vom Körper wegmachen. Ich finde ja gut, dass der eigentlich auch sich unterweist. Ja, du bist jetzt Klippzüge, was? Du musst die Klippzüge machen mit so kranken, wenn der ein bisschen mehr bewegt. Und der Arbeiter. So. Bitte schön, Chef. die die ich auch wo es sich gegen den Schraubauer erster umgebracht der Städte das ist ein Jahr immer sich die Städte ein Sport in dem Leben der Städte mit einem Armut Prozent ich bin Stauber jetzt so dass kaum noch ein bisschen länger bleiben kann ich kann passieren dass ich wieder so jetzt sehe ich halt aus wie ein cooler wir müssen hier oben gerade das haus sie bauen das würde man euch ja auch nicht unterscheiden vielleicht ist man einfach was besonderes kommt keine wille ist bestimmt an der wand fest sie hat sich die bieten die reihe gut ist ab und wenn sie sich übernommen wird sehr reihe in der europäischen ich hab da fuß hallo das mal ja hallo e nein ich will ja das was du in die hand nimmst Kitsch weg Hallo oder du Felix willst, ich halte dich willst okay, warte ich hab Felix, ich hatte Felix wieso sieht mir eigentlich aus wie Tommy so wie gesungen wird du bist oder jetzt uuuuuh ey uuuuuh du brauchst break your hands, schau mal um sie hat meine Witze den blauen und ich fühle dich voll nackig uuuuuh halt dich fest halt dich fest halt dich fest äh jetzt was macht ihr mit mir halt dich fest ich hab meine Witze wieder ooooh ooooh ich bin K.O. nein ach ja sehr gut das ist zu drehen halt Felix, ich hab so schmutz ach weil ich glaub ich draufliebe achso jauu schieß doch mal schnell in die Schnauze und tschüss wiii warte so dann kann man gehen mit einer Hand warte das schau ich schon guck warte ich muss die andere tasten du musst ein bisschen mit dem Arsch wackern dann geht das und jetzt kommt aber ne Wave das ist immer so ein Glücksspiel das ist so ne Überraschungsei man merkt nie was passiert das ist immer noch mal bis die Wave kommt das hätte ich schon dreimal runter geflogen wieder ne trager haben sie angst gehabt das sie hat gesehen ja mafias da hat die kalte ab das klingt so vater witzig ein Kalk zur Tür der eine drei das ist der eine deswegen kommen die bestimmt nicht rein da gab es auch noch so ein anderes Level so einen richtigen Story wo der am Ende ein riesengroßer da war du hast ihn immer bereit Hallo hallo lass los hallo ich schlafe erstmal bis die zweite Welt kommt die nicht kommt ich fühle mich irgendwo ich fühle mich irgendwo ich fühle mich irgendwo ich fühle mich irgendwo ich spür meine Oma kommen und ich sperre nur meine Beine schau wie sie meine Beine hoch zu machen diese Projekte die ich nach hinten gegen meine kann man sich nicht so der kann sagen ja 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 ich will aber nicht ah ja jetzt lasst doch mal die Wand in Ruhe das ist jetzt die Wand in Ruhe lassen du du bist ein eben dein Gesicht schön das wir es nicht das hat jetzt da wir fallen noch bei der vom Dach bevor wir uns gestopfen haben jetzt hätte die die hoho hast du es gesehen? Nein das ist doch einfach Das ging manchmal viel besser, wenn man das hat. Ja, das hast du immer gemacht. Da haben wir dich nicht mehr gekriegt das letzte Mal. Das war voll unfair. Wollt ihr das nicht mal haben? Ich hing weit, weit über die Hand. Wieso kam jetzt wieder nur eine Welle? Ich weiß es nicht. Was ist da los? Was ist da los? Sie haben Schiss? Wie träumst du nicht mehr? Was ist jetzt? Ich weiß es nicht. Es gibt gar nichts mehr. Naja. So kann ich nicht mal etwas mehr schocken. Nein. Ich bin ber perdu und kann. Das war's für die Standszone. Wer es immerhin eben muss, die Kommentare brauchen. Wenn wir uns übertreten lassen. Ich muss mal weiter machen. Das ist das erste Mal. Nein. Genau. Ich hoffe ich zuviel mit mir. Auf jeden Fall. Das stimmt. Das ist ja eh. Ja. Ich hatte nur ein paar mal gewonnen. Sie müssen so ganz gleich bestellen. Okay, tschüss. So, und ich mach dich jetzt auch noch. Ich geh mal nach vorne noch mal mehr aus. Ja, ich bin grad grad nicht, gell? Schau mich, das sind 15 Minuten noch zu sehen. Schreib dir mal lieber, dass ich bis zum Spiele komme. Wow. Sieben. Sieben.